Sehr willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Bubble Time. Wir sind am Start und die Champions League Hinspiele sind gespielt worden. Freunde, es gab einige Überraschungen und genau über diese möchte ich heute in diesem Video noch mal ein bisschen philosophieren und reden. Ich werde nochmal diese vier Spiele, die in diesem Viertelfinale gespielt wurden, Revue passieren lassen und meine Meinung zu den einzelnen Ergebnissen, zu den Chancen und zu den Ausgangssituationen für die Rückspiele preisgeben. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich tierisch drüber freuen. In der Videobeschreibung sind Links zu Instagram, Twitter, da bin ich momentan sehr aktiv, Facebook und Randy Run. Ihr könnt natürlich auch gerne eure Meinung unten in die Kommentare schreiben, auch das ist da unten erreichbar, wenn ihr runterscrollt. Da ist übrigens auch der Daumen. Also alles da erreichbar, schaut da auf jeden Fall mal eben runter und ich würde sagen, damit fangen wir auch direkt an mit dem Video und kommen direkt mal dazu, was da eigentlich gestern so passiert ist beziehungsweise natürlich auch am Dienstag. Heute Abend ist noch Europa League, dazu wird es auch noch ein Video geben. Wann genau, weiß ich noch nicht. Kann sein, dass es am Freitag noch kommt, aber ich bin ja in Berlin. Dementsprechend ist das Ganze ein bisschen schwer zu managen, aber vielleicht geht das noch hin. Ich kann es euch allerdings noch nicht garantieren. So, also Dienstagabend die ersten beiden Spiele. Bayern gegen Benfica und natürlich Barcelona gegen Atletico Madrid im Camp Nou. Da, wo Barcelona ja zuletzt gegen Real Madrid verloren hat, jetzt kommt die nächste Madrider Mannschaft und es sah am Anfang gar nicht so gut aus, führt Barcelona. Denn Atletico spielte gewohnt aggressiv, gewohnt mit vielen Nicklichkeiten, aber auch ungewohnt erfolgreich gegen Barcelona. Die erste Aktion der Partie, beziehungsweise die erste Kracheraktion der Partie, erfolgte durch den ehemaligen Weltklasse-Stürmer, der mittlerweile abgeschrieben ist, bei vielen gar nicht mehr so auf dem Zettel steht, aber bei Atletico trotzdem immer noch ganz gute Leistungen bringt. Neben natürlich Antoine Griezmann, den man nicht vergessen darf, aber das ist, gar keine Frage, Fernando Torres. Momentan auch ausgeliehen vom HC Milan an Atletico und direkt mal erfolgreich gewesen. Und das gegen Barcelona. Gegen die trifft er übrigens am liebsten, habe ich jetzt vorhin erst gelesen, hat bisher elf Tore gegen die Katalanen gemacht und auch dieses Mal wollte er sie nicht nehmen lassen und hat einfach mal eine Bude erzielt. Das war ein relativer Schock für den Anfang, gar keine Frage. Das war nicht schön für das Spiel vom Barca, denn natürlich hatten sie jetzt ein Auswärtstor gegen sich kassiert und mussten erstmal das Spiel machen, weil Atletico können sich jetzt in den Reihen stellen. Normalerweise ist die Defensive von Atletico extrem stark. Wenn man sich das Ganze mal so anguckt, ich habe jetzt hier nur die Rückspiele, warum stehen hier nur die Rückspiele? Auch hier sind die Rückspiele. Wenn man sich das anguckt, hinten drin, ist Atletico eine der besten Mannschaften der Welt, wenn sie denn das System durchkriegen und kontertechnisch sind sie auch nicht schlecht. Wir haben hinten mit Luis Hernandez, Godin und Juan Fran gespielt. Das ist eine ordentliche Defensive davor mit Gabi und Koke. Koke auf A6 hat mich persönlich ein bisschen überrascht. Ich hätte eher erwartet, dass da Niguez spielt von Anfang an und Koke ein bisschen weiter vorne. Aber kann auch sein, dass ich mit der Komplett war, Tour. Ist ja aber auch egal, die Vorlage hat er gemacht nach gerade mal 25 Minuten zur Führung. Allerdings kam dann auch schon der ganz große Schreckmoment für Atletico. Denn Dr. Felix Brüch hat Fernando Torres nach 37 Minuten, nach 35 Minuten vom Platz gestellt mit der gelb-roten Karte. Der hat zuvor erst die gelbe erhalten und zwar in der 29. Das heißt, wenn er von 6 Minuten zweimal dumm gelb bekommen. Ja, beide Male relativ unnötige Fouls. Allerdings auch beide Male, naja, so das Atletico meinte, da muss man nicht beide Male für gelb geben. Und die Menschenrechte Torres nicht runterstellen. Schiedsrichter war extrem in der Kritik bei den Roji Blancos, bei den Matratzen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie sie heißen. Also wie Matratza auf Spanisch heißt. Die Matratzen in Spanisch sind rot. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ja, da waren sie eine Unterzahl. Und das ist natürlich für das Spiel von Barcelona ein absoluter Segen. Denn Barcelona ist eine Ballbesitzmannschaft gegen eine Mannschaft nur mit 10 Spielern. Ist natürlich ein bisschen einfacher. Und sie haben sich extrem in der Hälfte festgesetzt. Zunächst hat Atletico das Ganze noch gut gemacht. Hat auch offensiv ab und zu noch mal ein paar Aktionen gehabt. Und hat irgendwie es geschafft, Barca vom Tor wegzuhalten. Allerdings kam dann Luis Suárez. Beziehungsweise kam dann eine, ja, kleine Unaufmerksamkeit. Ein wunderbarer Lauf von Dani Alves, der mit Jordi Alba vielleicht die beste Performance auf dem Platz gezeigt hat. Der über die Außen sehr viel gemacht hat mit der Flanke. Auf den zweiten Pfosten, da steht Jordi Alba, haut Volley drauf. Und dann ist Suárez einfach nur im Weg. Aber das reicht nur mal ins Tor zu lenken. Und es steht 1 zu 1. Ganz bitter für Atletico, die bis dahin das Ganze gut gemacht haben. Und jetzt mussten sie natürlich theoretisch reagieren. Das allerdings ist nicht so einfach mit nur 10 Mann. Und vor allem nicht vorne drin mit nur einem Antoine Griezmann. Der natürlich auch gegen eine sehr starke Defensive von Barca mit Mascherano, Piqué, Alba und eben Alves auch noch. Und Busquets, der theoretisch zwar mit Gelb da schon verwarnt war, aber nicht schlecht ist. Das ist alles andere als einfach. Ja, dann kam das Tor. Dann kam Suárez zum zweiten Mal. Und das war wieder ein starkes Spiel von Barca. Gar keine Frage. Schöne Flanke wieder von Dani Alves, wenn ich mich recht erinnere. Und dann köpft ihn Suárez rein. Da steht Hernández, wenn ich das richtig gesehen habe. Nicht ideal. Springt unter dem Ball ein bisschen durch. Ganz bitter für ihn. Aber ja, das ist natürlich für den Uruguay eine einfache Sache. Und es steht 2 zu 1. Barca also mit einem Auswärt-Gegentor gegen sich. Das ist nicht so schön, aber dafür auch mit zwei Toren. Das heißt, ein Sieg. Das Nächste im Vicente Calderon ist die Aufgabe natürlich, das Ganze zu verteidigen. Theoretisch reicht Atletico 1 zu 0. Das heißt, ein frühes Tor wieder. Diesmal hinten sicher stehen. Und alles ist geritzt. Aber wir müssen schauen, was da passiert. Barca muss trotzdem erstmal das Auswärtstor schießen. Dann ist das Ganze ein bisschen entspannter. Ob sie das machen, wir werden sehen. Ich denke, Barca kommt weiter. Das ist in meinen Augen eine relativ eindeutige Sache. Das habe ich auch in der Prediction bereits gesagt. Kommen wir zu Bayern gegen Benfica. Und das war ein Spiel, was ziemlich überraschend den Verlauf genommen hat. Denn man hat normalerweise erwartet, Bayern jetzt gegen Frankfurt ein bisschen geschont. Gegen Abschiedskandidaten. Und jetzt so richtig Power in der Champions League. Das sah auch erstmal so aus. Zwei Minuten Vidal 1 zu 0. Ganz, ganz frühe Führung für die Bayern. Da war die Abwehr von Benfica mal ein bisschen ungeordnet. Ein bisschen nicht so stark. Auch wenn sie sonst relativ gut standen. In meinen Augen mit Jardell, Eliseo, Almeida und Lindelöf. Den ich vorher ehrlich gesagt gar nicht kannte. Aber gut. Stand dann 1 zu 0. Und dann passierte eigentlich erstmal nichts mehr. Also Bayern war jetzt irgendwie in meinen Augen nicht so wirklich präsent. Benfica hatte die Chancen. Jonas mit einer riesigen Chance, die er vergeben hat. Allgemein sehr viele gute Chancen. Die neue Reinschattel beziehungsweise diese einfach nicht genutzt haben. Und im Endeffekt ist nicht mehr viel passiert. Ja, Bayern hatte vielleicht noch ein, zwei Gelegenheiten. Aber auch Benfica hatte vorne gute Chancen. Bayern hat in meinen Augen ein bisschen enttäuscht. Ja, das hätten sie besser machen können. Also haben nicht so stark gespielt. Gerade von einem Lewandowski nicht viel gesehen in meinen Augen. Auch ein Müller. Das war nicht sein Abend. Und ja, das war auf jeden Fall ausbaufähig. Und dementsprechend ist Benfica noch nicht ausgeschieden. Die haben noch alle Chancen. Zu Hause im Estadio de la Luz. Da geht auf jeden Fall noch ein bisschen was. Und ich denke, dass da definitiv noch Handlungsbedarf besteht für die Bayern. Die müssen das Ausweichstor schießen. Dann sieht es gut aus. Aber wenn Benfica das Ganze lange hält und dann eventuell einen Angriff nach vorne spielt und dann eventuell Raúl Jiménez überraschenderweise trifft, Jonas wird im Rückspiel gesperrt sein, dann ist das Ganze nicht so schön für die Bayern. Denn dann wird es eine Herkulesaufgabe. Denn es wird gegen die Defensive definitiv nicht einfacher Tore zu schießen. Das haben wir auch schon gesehen. Wäre es nicht das frühe Tor gewesen, hätte es vielleicht 0-0 gestanden am Ende. Und die Situation wäre für Bayern auch nicht gerade schön gewesen. Trotzdem glaube ich weiterhin, Bayern kommt weiter und die deichseln das im Rückspiel schon irgendwie. So, kommen wir zum gestrigen Tag, zum Mittwoch und kommen wir zur ersten Partie. Und das war Manchester City auswärts in Paris beim Rekordmeister. Beziehungsweise, naja, Rekordmeister nicht, aber Rekordpunkte-Abstandshalter im Vergleich zum anderen Verein. Monaco, 25 Punkte sind wir, glaube ich, momentan. Den können sie noch ausbauen. Europa-Rekord von Celtic mit 29 Punkten noch einsteigen. 28, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall sehr dominan in seiner Liga, in der Champions League in den letzten Jahren immer wieder belächelt worden. Genauso wie City ja auch als Scheich-Klub. Sie können den Nationalen nichts. Hatten aber, das muss man dazu sagen, immer sehr schwere Gegner. Es waren bei City und PSG beide Male letztes Jahr Barcelona. PSG im Viertelfinale, City im Achtelfinale. Darf man hier unterschätzen. Ich glaube, vorher hatten sie auch immer wieder los. Pech. Also, klar, wenn man gleich gegen das stärkste Team Europas spielt, ist eine Aufgabe. Haben sie nicht bewältigt in den letzten Jahren? Dieses Jahr haben sie sich gegenseitig bekommen. Und eine von den beiden Mannschaften steht im Halbfinale. Und wenn sie da, ja, auf einen Gegner treffen wie Bayern, die momentan nicht so in Absoluter-Topform sind, wer weiß, was da noch so weiter passiert. Naja, wie auch immer. 47.000 Zuschauer mit Schiedsrichter Milo Radmasic. Und der hat direkt mal, ja, einen Elfmeter durchgewunken gegen Matuidi. Der einer war, in meinen Augen. Aber ein paar Minuten später hat er dann einen gegeben. Und zwar wiederum für, ja, PSG, der zweite Elfmeter. Das war, ja, ein Elfmeter. Keine Frage, David Luiz versucht da zu schießen. Sanja geht ungestüm rein. Darf sie nicht machen. Ist ein Elfmeter. Aber dann kam Ibra. Und Ibra verschießt. Und das ist momentan der große Trumpf von Manchester City. Das ist nämlich Joe Hart. Der hat die letzten, ähm, von den letzten vier Elfmetern drei gehalten. Das ist eine unglaublich gute Statistik in der Champions League. Und, äh, die findest du so häufig gar nicht. Das heißt, der ist momentan wirklich da defensiv sehr, sehr stark. Und dementsprechend stand es dann weiterhin 0 zu 0. PSG ein bisschen mit Druck. Aber City weiter gut nach vorne gespielt. Gerade über Konter sehr gefährlich. Von Aguero hat man ein bisschen was gesehen. Von Silva ein bisschen. Natürlich dazu noch von, äh, de Bruyne ein bisschen. Und de Bruyne war es dann auch, der das 1 zu 0 erzielte. Schöner Konterfußball von, äh, von City. Von PSG nicht, ähm, ja, hinlänglich unterbunden. Ähm, David Luiz versucht, um mit Haki irgendwie ranzukommen. Gretchen noch rein. Keiner kommt ran. Trab chancenlos in de Bruyne markiert das 1 zu 0. Ja, City plötzlich vorne. Ganz blöde Situation für PSG, weil, äh, City mit dem Auswärtstor und zu Hause sind, die ziemlich stark im, äh, Etihad. Das darf man nicht vergessen. Ja, Führung also. Und dann kam Fernando, ja, da haben sie das Ganze aufgeholt. In Wolfsburg waren da bereits Tore gefallen, ähm, und, ähm, ja, in Paris noch nicht. Und dann waren es gleich zwei auf einen Streich, denn hart spielt den Ball im Abschluss zu Fernando. Der verschätzt sich ein bisschen, merkt nicht richtig, dass Ibrahim im Rücken ist. Der Ball verspringt ihm. Und er schießt den Schweden ein bisschen unglücklich an. Und Ibrahim macht doch noch sein Tor. Elfmeter vergeigt, aber dann gut durch Nachsetzen sein 1 zu 1 erzielt. Schönes Ding, gar keine Frage, also schöner Bock von Fernando. Eigentlich kein schönes Tor, aber ein lustiges auf jeden Fall. 2 zu, äh, 1 zu 1 für PSG. Das 2 zu 1 folgte dann aber, und zwar durch Rabiot. Eckball, da, ja, sieht die Defensive von City nicht ganz so stark aus. Da kann Hart erst noch gut klären. Allerdings ist dann, war er hart überhaupt noch dran, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall ist dann Rabiot da, schiebt den einen über die Linie. Und der jüngste Feldspieler auf den Platz, beziehungsweise der jüngste Spieler auf den Platz, der macht die Bude. Und plötzlich führt PSG. Immer noch gute Ausgangssituation für City, gar keine Frage. Auswärtstor ist wichtig. Aber trotzdem natürlich ein bisschen bitter nach Führung 1 zu 2 zurück zu liegen. Aber, es sollte ja nicht ewig so bleiben. Denn, wenn Man City einen Bock macht, dann, naja, passiert auch noch was Unglück auf Seiten von PSG. Und das war dann der Fall. Ball in die Mitte gespielt von, ich weiß gerade gar nicht wem, was. Aguero auf der Außenbahn. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, oder war es Navas? Ich glaube, es war Navas, oder? Der mir übrigens gut gefallen hat, Navas. Ja, auf jeden Fall. Aurier in der Mitte ein bisschen unglücklich. Ja, bleibt dann auf dem Boden liegen, weil er nicht mehr den Ball endgültig klären kann. Fernandinho mit aller Urgewalt drauf gebolzt. Einfach mal auf Verdacht rein den Spieler getürmelt. Und dann fällt schon Aurier und Thiago Silva den Ball beide ab. Und das Ding kullert rein zum 2 zu 2. Ich weiß nicht, ob es für Fernandinho gezählt wurde. Es sieht so aus. Aber es war natürlich ganz unglücklich von, ja, sowohl Aurier als auch von Thiago Silva. Trab beide Male Chancen los. 2 zu 2, zwei Auswärtstore. Und danach nichts mehr passiert. City also mit einer ganz starken Ausgangsposition vor dem Spiel, die Meti hat. PSG, man hätte erwartet, dass sie gewinnen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber sie haben es nicht gemacht. Trotz der momentan Formstärke, die bei PSG größer ist, als die bei City. Hat City seine Klasse gezeigt und hat einfach mal gedacht, hey, wir ärgern die mal ein bisschen. Und haben zwei Auswärtstore. Ob das ein großer Vorteil ist im Rückspiel? Ich glaube ja persönlich schon. Ich glaube, City wird PSG das Leben extrem schwer machen. Ich glaube, sie werden lange das 0 zu 0 halten. Ich glaube sogar, sie werden in Führung gehen. Und ich bin mir nicht sicher, ob PSG das mit zwei Toren auf eure Kette kriegen wird. Vielleicht gewinnen sie auch. Vielleicht gewinnen sie tatsächlich im Meti. Ja, dann sind sie weiter. Aber ansonsten wird es eine Herkulesaufgabe in meinen Augen. Und ich glaube, dass City weiterkommt. Und zwar mit einem 1 zu 0 im Rückspiel gegen PSG. So, kommen wir zur großen Überraschung einmal im Mittwochabend. Und das war das absolute Provinzspiel für Real Madrid. Ab nach Wolfsburgo. So heißt es im Spanischen. In die niedersächsische Provinz. Zu den VW-Werken. Einfach mal eben die Wolfsburger wegklatschen. Und dann ist die ganze Geschichte gegessen. Ja, sah auch am Anfang relativ stark so danach aus. Zuletzt in der Liga BVA. Und zwar ein Sieg gegen Barcelona im Klassiko. Wolfsburg in der Liga 0 zu 3 gegen Leverkusen. Allgemein nicht so gut in Form. Schaffen es wahrscheinlich immer nach Europa. Ja. Denkste. 26.000 Zuschauer sahen zunächst einmal ein Tor von Cristiano Ronaldo. Das zurückgefiffen wurde wegen Abseits. Das war in meinen Augen eine ganz enge Situation. Er ist mit der Schulter im Abseits. Und mit dem Arm ganz, ganz knapp. Bitter für Real. War stark gespielt. War stark gemacht von Ronaldo. Aber dann kam Wolfsburg. Und Wolfsburg kam nach vorne. Und dann kam André Schöne. Trat sich selber in die Hacken. Und es gab den Elfmeter. In meinen Augen ist das nie im Leben ein Elfmeter. Aber am besten will ich. Der Kommentator hat zunächst einmal gesagt, das ist kritisch. Da meinten sie in der Halbzeit alle, nee, ist kein Elfmeter. Der Kommentator in der zweiten Halbzeit kann man geben. In meinen Augen kann man ihn nicht geben. Schöne tritt sich total dämlich irgendwie. Aber im Endeffekt ja, passiert. Selbst in die Hacken. Das ist kein Foul. Ich meine, er berührt Casemiro. Aber er tritt ihn ja eher selber. Das Bein von Casemiro steht da. Wo soll es hin? Er tritt dagegen. Tritt sich dann selber in den Hacken. Fällt. Und es gibt den Elfmeter. Ganz bitter für Real. Bittere Pille. Gar keine Frage. Und der Rodriguez nutzt den also kalt. Und es steht 1 zu 0. Damit kam Real jetzt mal. Überhaupt nicht klar. Da passierte gar nichts mehr. Im Gegenteil. Wolfsburg geht nach vorne. Und Wolfsburg macht das 2 zu 0. Ganz, ganz schwach verteilt von Marcelo. Der keinen guten Abend hatte. Bruno Henrique in die Mitte gespielt. Der erstmals in der Startelf stand und damit den Überraschungseffekt wirklich gebracht hat. Den man erwartet hat. Und da steht dann Maxi Arnold und schiebt den ein. War irgendwie nichts so mit Defensive bei Real. War ganz, ganz schwach. Und damit lag man 2 zu 0 hinten in der Volkswagen Arena. Und obwohl die Kulisse da wirklich nie atemberaubend ist, kamen die damit irgendwie nicht so ganz gut zurecht. Man hätte erwartet, okay, vielleicht stecken sie das weg. Machen noch 3 Tore, 2 Tore oder 1 Tore zumindest. Aber es kam nichts. Es kam wirklich gar nichts. Von Real war nicht viel zu sehen. Die hatten keine wirklich guten Chancen. Vor allem total Kreativität. Total ideenlos und irgendwie auch lustlos. Sah zumindest so aus. Vielleicht noch ein bisschen geschlacht vom Klassico. Vielleicht so nach dem Motto, wir machen das zu Hause schon. Aber das war trotzdem sehr, ja, sehr beeindruckend, wie Wolfsburg das gemacht hat. Die hatten große Chancen. Die hätten theoretisch 2-3-4-5-0 gewinnen können. Haben es beim 2-0 belastet. Vielleicht da auch nochmal die individuelle Klasse von Navas hervorzuheben, der das Klasse gemacht hat in dem Kasten. Aber das war schon beeindruckend. Unnötige Aktionen dann folgten. Natürlich Nicklichkeiten vom VfL, die Madrid abfucken wollten, das auch geschafft haben. Marcelo dann mit einem, ja, sehr doofen, ich mag Marcelo eigentlich echt gerne, aber das war echt dumm. Kann man nichts gegen sagen. Wird da von Arnold ein bisschen genervt, tritt dann aus. Dann, ja, konfrontiert ihn Arnold. Er geht hoch, passiert nichts und er fällt dann zu Boden. Will dann das Foul haben. Die rote Karte für Arnold. Ja, erinnert ein bisschen an Rivaldo. Wurde auch viel mit verglichen, der 2002 ja am Knie getroffen wurde und im Endeffekt sich aufs Gesicht gehalten hat und dann eine rote Karte für irgendeinen Türken provoziert hat. Ja, ganz dumm von Marcelo. Hat keine rote oder gelbe Karte dafür bekommen. Arnold hat gelb bekommen, vollkommen zu Recht, weil er sich danach halt dämlich verhalten hat. Er hat einfach weggehen können, aber hat sich danach noch ins Getümmel gestürzt. Ich glaube, Ramos oder so hat auch noch gelb bekommen. Kann man hier nochmal bestimmt nachvollziehen, oder? Nee, Gareth Bale war es genau, der hat auch noch gelb bekommen. Trotzdem, ganz dumme Situation von Real, beziehungsweise ganz dumme Aktion von Marcelo. und hat die Situation nicht besser gemacht. Real musste auch früh wechseln, Benzema ist früh rausgegangen, verletzungsbedingt. Dafür kam Recep, von dem hast du auch nicht viel gesehen, von Isco und sowohl von Isco als auch von James. Kam auch nicht mehr viel und ja, im Endeffekt ein 2 zu 0. Doofere Ausgangssituation für Real, eine bessere gibt es eigentlich gar nicht für Wolfsburg. Müssen auswärts im Bernabeu nur überstehen und das wird schwierig. 90 Minuten im Bernabeu sind sehr, sehr lang, wirklich sehr, sehr lang. Und Real will mit aller Dominanz und mit aller Kraft versuchen, da irgendwie zwei Tore zu schießen. Wenn sie ein Auswärtstor erzielen, die Wolfsburger, dann sind sie durch, in meinen Augen. Dann sieht es wirklich gut aus. Auch dann kann Real noch vier Tore schießen, gar keine Frage. Aber dann wird es auf jeden Fall ganz schwierig, gerade wenn sie in Führung gehen sollten. Ich bin gespannt, aber ich glaube, eine bessere Situation für Wolfsburg kriegen wir nicht mehr. Riesenüberraschung für mich persönlich, für viele andere auch. Ich hätte es niemals erwartet, dass sie so gut spielen. Aber Champions League und Liga scheinen dieses Jahr ein anderes, zwei verschiedene Sachen zu sein. Zwei ganz große verschiedene Sachen. Und dementsprechend scheint es so, als ob die tatsächlich, ja, große Scheuner sind, weiterzukommen. Ist eine 50-50-Sache im Rückspiel. Ich bin gespannt. Schreibt mir eure Meinung in Kommentare, wer kommt da weiter. Für mich, Real, die schaffen das irgendwie. Irgendwie. City, Bayern und Barca. Das heißt im Endeffekt, ja, die Sieger des Dienstags und die Auswärtsmannschaften des Mittwochs. Ja, das war es von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mir mal meine Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann, macht's gut. Haut rein und ciao.